Moin Leute, was geht? Ich bin's, euer Zockerp, und ja, wir spielen heute wieder Colony Survival mit Mr. Xenox Bane. Du hast wunderschöne Augen. Ja, ähm, hey Leute, was geht? Was? Nix. Ne, Leute, falls ihr gerade einschaltet, das wird wahrscheinlich morgen sein. Äh, morgen. Ja, morgen. Ja, wir hatten gestern ein Live. Also heute, ehrlich gesagt, heute. Ja, sie werden also, na gut, werden wir jetzt heute hochladen? Ja, heute. Und ja, also dieses, wenn du dieses Video siehst, ist genau Punkt 12 Uhr rausgekommen, und zwar haben wir das aufgenommen gestern. So. Mit anderen Worten. David? Ja, äh, okay. Wir haben gerade etwas durcheinander gewesen. So, ähm, hey! Ah ja, wir haben letzte Folge, ähm, das hier ja aufgebaut, oder hab ich aufgebaut. Ich musste ja die Drecksarbeit machen. Ähm, die Kreuzung zu bauen. Ich musste die Kreuzung bauen. Und, ähm, ja, wir haben auch Weizen angepflanzt, wie man bei Mr. Xenox sehen kann. Bei mir kann man's auch gleich sehen. Ja. Warum auch? Achso, du hast jetzt die Kiste hingestellt, hast du. Ja, weil das, der war ja so weit gelaufen, ist immer. Der soll aber nicht so weit laufen. Ist genau so. Das ist mein Keks. Ich will das behalten. Nee, das ist mein Keks. Okay, ähm, ja. Sicherlich, ähm, habt ihr mal unser Livestream oder ein Video von, äh, was gespeichert ist von YouTube Livestream gesehen, falls es gespeichert hat. Ähm, müsste gespeichert sein. Ja, wir haben dann Leistung gemacht über Warface. Wir sind ein bisschen ausgerastet. Meine Tastatur hat meist gesponnen. Ich hab jetzt erstmal eine andere Tastatur hier dran. Also, wenn kleine Kinder hier zuschauen, nicht reinschauen, da sind ein paar, ja, unschöne Wörter gefallen. Ähm, ja. Die Wörter werde ich jetzt sicherlich hier nicht einblenden. Nein, die werde ich wirklich nicht einblenden. Also, wenn jetzt irgendjemand erwartet hat, dass da ein Wort kommt. Also, ich werde wahrscheinlich bei mir ein Video so reinschreiben, dann so, hier kommt kein Wort oder sowas. Also, ein Satz. Uh, oh, meine Nahrung, Alter, wie knapp die ist. Haha, kommt davon. Was? Ich hab nur noch 38, nee, 50 Nahrung jetzt. Okay. Ich hab 8, nee, 35, nee, was? Oh, hoppla, wieder husten. Wow, 2 Getreidesamen. Da bin ich aber nicht glücklich. Ähm, ich glaube, ich werde auch noch welche einstellen. Ich werde, glaube ich, noch ein paar Betten machen müssen. Oh, die haben schon Betten gemacht für mich. Och, das ist ja nett. Das ist ja wunderbar. Ja, ja. 5 Betten haben die mir gemacht. So, das ist natürlich schon mal sehr nice. Ähm, gut, der macht wieder Betten. Das wollte ich eigentlich nicht. Ach, lol, der ist schon mit dieser Flachsbauer schon fertig. Ja, moin. Ähm. Ah, das, genau, das wollte ich gerade nachgucken. Ich hab gerade belegt. Hä? Ich wollte doch gerade irgendwas nachgucken. Ja, meiner ist auch fertig. So, jetzt mache ich Schneider. Oder, mal Schneider? Äh, dann würde ich das hier noch hin tun. Nee, das ist falsche Richtung. Das sieht ja nur wie ein normaler Stein aus. Nee, Schneider mache ich jetzt nicht. Und dann werde ich noch eine Wache hier oben hinpacken. Weil das wahrscheinlich schlimmer werden würde. Wird. Ähm, ich mach mal hier die Wache hin. Aber nicht vergessen, Nacht. Ja, ich weiß. Ich bin nicht doof. Nein, du bist Christian. Oh, jetzt kommt das wieder. Eins. Ja, ich kann leider nur einen gerade einstellen. Ja, Nahrung wird auch gerade knapp, sehe ich gerade. Ist das das vorzeitige Ende? Nein, definitiv nicht. Denitiv nein. Denitiv nein. So, ähm. Ja, ich glaube, ich mache mir nochmal ein paar Steine. Ziegel fertig. Wenn ich die oben schon mal habe. Ah, ich kriege wieder mit, dass ich kaum Steine habe. Tja, Arbeiter nach unten Stein wieder hinzufügen, ne? Sag ich mal nur. Naja. Ich will jetzt noch keinen Arbeiter dafür ausgeben. Ich mache das, habe das schon gemacht. Glaube ich. Muss ich gleich mal nochmal gucken. Ja, hier unten abend bei den zwei. Ah, gut. Nein. Jetzt bin ich runtergefallen. So. Gleich mal Steine herhintun, dass er Steingeschossel herstellt. So, und dann noch oben. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. So, dann haben wir das schon mal. Dann können wir das ab... Wahrscheinlich kriegst du jetzt Schaden. Lol. Ich bin vorne eben einmal runtergefallen, habe keinen Schaden bekommen. Und da vorne, wenn wir um die Ecke, habe ich Schaden bekommen. Natürlich, die Logik. Logik ist nichts für mich. Was ist Logik? So, ähm... Das packen wir da hin. Logik war doch sowas wie Süßigkeit, oder? Was? Was habe ich gehört? Von meinem Tisch hat er. Okay, bin Nummer eins. So, ich werde erst mal hier eine... Ein Weg, eine, eine, wollte ich ganz sagen, eine Weg, einen Weg hier machen. Ein Weg. Das sind bestimmt so Wege, die bloß einmal funktionieren, also wenn du einmal drüberläufst, ist der Weg weg. Ja, genau. So ein Wegflaschen. Ein Weg. Ein Weg, ja. Ein Weg, Weg. Ein Weg. So. Ich glaube, ich glaube, wir bauen mal auch gleich mal eine Extra-Höhle, ne? Oder gehen woanders hin, um mal hier ein paar Steine zu holen, oder? Ja, du kannst ja schon Steine sammeln. So. Oder ich mach mal so. Ja, dann könnte ich mal hier als nächstes ein Haus bauen, oder... Ich mach... Nee, ich mach erst mal das hier so. Ist dann besser. Ich kann das ganze Holz dann wieder abbauen, dann würde ich ja lieber Steine nehmen. Ist es Nacht oder Tag? Es wird grad nachts. Okay, weil meine Wachen haben bloß noch 140 Steine ungefähr. Keine Ahnung, warum der nicht... Der geht wahrscheinlich mit den Herstellen gar nicht hin da. Kann sein. Kleine Huster, ich muss mich gut muten. Ich glaub, da mach ich auch Steine hin. So. Oh. Zack. Brauch ich das ganze Holz nicht. Finde ich das ganze schöne Holz verwenden hier. Das ist so schade. Die ist ja jetzt zu zweit wieder da stehen. Und jetzt gehen meine. Das kommt schon einige. Ja, ich weiß. Ich hab jetzt auch zehn Leute. Es können wahrscheinlich Grün auch kommen. Deswegen. Ja, ich hab elf. Jetzt muss ich mal überlegen. Sollte ich diesen Weg mit Holz machen? Nee. Bauen wir das auch mal ab. Nimm mal einfach Stein. Ach so, ja, letztes Colony Survival Video ist am Ende die Musik ein bisschen laut geraten. Bei dir? Ja. Okay, das hab ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Du hast das Lobkorn ganz zu Ende gesehen? Ja, aber ich hab das irgendwie gar nicht mitgekriegt. Ernsthaft? Ja, irgendwie schon. Ja, ich fand, ich fand das ein bisschen laut, deswegen. Ach, wenn du eine Anzeige bekommst wegen Gehörschädigung oder so, dann weißt du aber ja, warum. Ja, dann weiß ich auch warum, ja. Ja, ist recht. Die, die das nicht mitbekommen haben, da erwarte ich das gerade so, dass die gerade auf das alte Video gehen von Colony Survival, nur um zu gucken, ob das wirklich so mega laut war. Ja, zu Colony Survival, das letzte Video, das wird dann verlinkt am Ende, am Outro. Ihr könnt da jetzt da vorspulen oder ihr schaut das Video zu Ende. Es ist erst lieber, wenn ihr zu Ende guckt. Ja. Nein. Müsst ihr nicht. Also so ist es nicht. Es ist eure Entscheidung. So, ähm. Was bauen wir denn? Ich baue, ich baue, ich baue ein Haus. Oh, warte mal. Ich sollte mal hier einen Weg machen, ne? Kannst du? Das wäre empfehlenswert. Hä? Das wäre empfehlenswert, dann nur einen Weg. Auf deine Seite baust du selber hin. Ich habe keinen Bock, meine ganze Steine da zu verballern. Nö, nö. Alles gut. Allein haben die genug Steine gerade. Äh, ich muss noch ein paar machen. So. So, ich muss ja meinen Raum ein bisschen öffnen wieder. So. Ja, die kommen noch klar. Die kommen noch klar. So. Das ist ein Weg. Das ist auch ein Weg. Okay. Ähm. Da würde ich sagen, das bauen wir auch mal irgendwann besser hin. Aber das war mal ein anderes Video. Ja, wo die rauskommen. Da würde ich, glaube ich, auch so ein Haus machen draus später. Weiß ich noch nicht. Ja, ich habe meine Haushalte noch nie ausgebessert. Das sieht aus wie, keine Ahnung. Ich glaube, ich baue erstmal hier. Ich mache mal erstmal eine Markierung. Einmal. Machen wir mal ganz groß, würde ich sagen. Ähm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, groß will man das nicht sagen, oder? Doch, kann man nennen. Doch. Du bist etwas größer jetzt. So. Da machen wir das so. Warum habe ich das jetzt abgebaut? Das hätte ich auch liegen lassen können. So. 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 Ja. So ist gut. So. Ja. Okay, der Anfang ist auch schon mal gut gemacht. Jetzt fehlt mir wieder Steine. So. Einmal. Zweimal. Zweimal. Viermal. Oh. Viermal. Hier ist der Durchgang. Mal wieder. Oder ich mache das mal größer. Ja, ich mache das mal größer. Ähm. So. 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 Ja. Das war so gut. Ähm. So. Genau. Ich mache das auch nochmal hoch. Oh. Nein. Da nicht. So. Okay. Ähm. Was brauchst du gerade? Ich habe gerade mir noch etwas gemacht, weil ich ein paar Steine gebraucht habe hier. Ach so. Ja. Ich glaube ich werde den mal hier ablösen gleich oder den hier. Und werde den erstmal hier. Ja. Ich löse den mal ab. Weizen ist fertig. Weizen ist fertig. Dann werde ich erstmal ihn als Weizenarbeiter nehmen. Oder der haut einfach ab. Ist okay. Ah ne. Er brennt schon mal. Gut. Ah gut. Er brennt erstmal schon mal das Brot. Aber das bringt ihn eigentlich gar nichts. Naja. Ähm. Ich bräuchte eigentlich immer noch einen Zweizenarbeiter. Ich habe hier auch zwei Weizenarbeiter. Ja. Aber ich brauche noch Brombeerenbüsche. Also ich weiß nicht wie viel du das gemacht hast. Hast du zwei Brombeerenbüsche gemacht? Ja. Dann muss ich auch mal. Ich muss mal überlegen wie ich das jetzt genau mache. Hm. Hm. Der mit Stein. Der holt mir einfach zu wenig Steine her. Ich würde den erstmal ablösen. Dann kann ich ja selber weiß ich was wir schnell machen. Ja so. Jetzt mach du mal hier. Dali. Also ich sollte den mal als Wächter da mal. Nicht einstellen da vorne. Erstmal entfernen. Dass er mir für mich mal erstmal Weizen macht. Noch kommen wir ja noch gut klar. Vor allem ich brauche pro Tag jetzt 55 Essen schon. Und hab grad mal 55,6. Oh wow. Okay. Das steigt aber langsam wieder. Weil ich ja jetzt zwei Weizenfelder hab. Was ich gar nicht, keine schlechte Idee finde. Ich könnte eigentlich das so machen. Aber das, da kommt ja noch ne Mauer rum. Wann kommt die Mauer eigentlich rum? Das würde ich mal gerne wissen. Ja jetzt noch nicht. Ich finde das, ist es noch zu früh. Ähm. Machen wir, machen wir das erst, wenn wir ne zweite, äh zweiten Radius haben? Oder wann machen wir das so genau? Genau, das würde ich sagen. Zum Beispiel. Wir machen alle beide jeweils zwei Radius. Und dann bauen wir die Mauer hin. Ja, okay, gut. Das ist keine schlechte Idee. So, ich hab den erstmal als Getreide eingestellt. So. So. Ja, das sagen wir erstmal gleichzeitig so. Ja. So. So. So, ähm. Ja, eigentlich kann man hier nicht großartiges jetzt zu grad reden, was wir hier grad noch bauen sollten. Weil wir müssen ja so erstmal ein bisschen auf den Leuten hier warten. Ja, Stuhl, ich hatte ein bisschen meinen Raum hier unten wieder verbrechen. Ich hab grad gestanden, verstanden. Ja, ich tue immer Stuhlgang machen. Das hab ich grad verstanden. Warum auch immer. Verzerr. Und das. Und das auch? Was? Das auch? Egal. So, ähm. Jo, 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 jo. Jo. Jo, jo. Erstmal schon mal dieses Haus hier schon mal ein bisschen leichtfertig bauen. So. Ähm. Tö, tö, tö. Tö, 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 tö. Das sieht komisch aus. Was ich auch ziemlich witzig finde, ich spiele in letzter Zeit, ähm, ziemlich viel Pokémon Dungeon. Pokémon. No? Really? Na klar. Okay. Ich mag Pokémon einfach nur. Na, alles gut. Pokémon, einer meiner, oder, hat mein Leben geprägt, sag mal so. Ich wollt grad sagen, dein Leben gerettet, was? Ja, Leben gerettet auch. Ach, was. Doch, kann man schon sagen. Wieso das denn? Ich hatte halt scheiß Kindheit bei meiner Mutti und, ja. Und deswegen hat Pokémon Go dir dein... Pokémon Go. Pokémon Go. Wollt grad sagen, Pokémon Go. Pokémon Go zum Beispiel. Pokémon Go hab ich zum Beispiel überhaupt nie gespielt. Ich hab das einmal auf mein Handy mal gehabt. Ich hab's auch auf mein Handy gehabt, aber ich hab's nie gespielt. Ich hab das mal gespielt, aber ich hatte nie Bock rauszugehen, ohne Mist. Na gut, ich bin meistens rausgegangen, ja, aber... Ehrlich gesagt, hat es nur mein Datenvolumen gefressen. Das frisst auf jeden Fall sehr viel Datenvolumen. Naja. Naja, okay, Leute. Ich bedanke schon mal fürs Zuschauen hier. Es ist klar, dass wir grad nicht so viel geredet haben und dass wir nicht so viel gebaut haben. Ich hab zumindest jetzt erstmal so ein kleines... Ja, so ein kleines Haus. Nicht mal ein Haus gebaut. Kleines. Ich weiß es nicht. Es wird, glaub ich, ein nächstes Video fertig. Oder in den 15 Minuten, was wir bauen. Oder es wird schon in den nächsten 15 Minuten fertig sein und ihr werdet dann vollendet sehen. Ja, genau. Und meine Mitarbeiter... Oh, ich bin aus dem gelben Bereich, seh ich grad. Ich steige grad auf über 100. Nee, ich nee. Ich schon. Das ist krass. Das ist echt krass. Was hab ich überhaupt hingebaut, das? Ach so, ja. Ja, gut, Leute. Ich bin Soizalk.p. Haut rein. Schaut doch gerne bei mir sein Zeichnungs-Prob vorbei. Ja. Und... Sagt doch auch was. Ja, und schaut bei meinen Dying Light Videos nach. Vor der Aufnahme war es auch das Witzige. Wir haben eine kleine Probe gemacht, ob die Videos auch ordentlich funktionieren. Und ich hab, ähm... Ja, die Anrede versucht hinzukriegen. Und statt Colony Survival kommt Dying Light raus. Ja. Keine Ahnung warum. Kam ziemlich witzig. Und, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Sagt dein MrSaxPen und... Ich glaub, die werden nur Bahnhof verstellen. Jetzt kommt das Hilfe und Socker IP. Haut rein, Leute. Schönen Tag noch und... Ciao, ciao. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020